Bren Kelly war ein Familienvater, der oft an die Zukunft dachte. Wenn man sich gegenseitig das Eheversprechen gibt, schließt das eine völlige Hingabe ein, in guten sowie in schlechten Zeiten. Er war mit seinen Kindern gerade auf dem Weg zu einer Eisdiele, als er etwas Rührendes beobachten konnte. Bren sah einen alten Mann, der am Auto bei seiner Ehefrau kniete. Er fütterte sie mit Eis, weil sie nicht mehr in der Lage war, eigenständig zu essen, geschweige denn zu laufen. Eine ganze Weile saß er dort und versuchte es, seiner Liebsten so angenehm wie möglich zu machen. Bren war so gerührt von der Szene, dass er sich dazu entschloss, ein schnelles Foto zu schießen, um es anschließend auf Facebook zu teilen. Er sah auf dem Bild bedingungslose und wahre Liebe und das sah auch das Internet nicht anders. Der Post ging nämlich kurz nach der Veröffentlichung auf Facebook viral. Er des ZDF-Gas. Er war so gerührt von der Veröffentlichung auf Facebook viral. Vielen Dank.